Harry Lamberts Paulsen war ein deutscher Schauspieler, Leben. Er machte sich zu Beginn der 1910er Jahre in Berlin einen Namen als Komiker an der Volksbühne und als Kabarettist. Während des Ersten Weltkrieges wurde er auch durch das Kino bekannt. Zwischen 1917 und 1918 stand Lamberts Paulsen als Hauptdarsteller Harry im Mittelpunkt vieler komödiantischer Kurzfilme. Danach kehrte er erst 1922 als Nebendarsteller wieder zum Film zurück. Er starb mit lediglich 33 Jahren. Filmografie 1913 Moderne Nomaden 1916 Der Weg der Tränen 1916 Das Licht im Dunkeln 1916 Kothesse Heller 1916 Das Geheimnis des Sees 1917 Das Defizit 1917 Der Mann im Heffler 1917 Das Rätsel der Stahlkammer 1917 Das Mädel von Lebenern 1917 Zwei blaue Jungen 1917 Harry als Badeengel 1918 Harrys Glücksschirm 1918 Harry als Detektiv 1918 Harry als Wachsfigur 1918 Harry lernt Billard spielen 1918 Harry wird Millionär 1918 Tausend und eine Frau aus dem Tagebuch eines Junggesellen 1922 Das Diadem der Zaren 1924 Mensch gegen Mensch 1925 Der Mann, der sich verkauft 1925 Das Abenteuer der Sibylle Brandt 1926 Die Boxerbraut 1927 Die Vorbestraften 1927 Der Meister der Welt 1927 Das Erwachen des Weibes 1927 Der Bettler vom Kölner Dom 1928 Es zogen drei Burschen 1928 Luther ein Film der deutschen Reformation 1928 Die Dame mit der Maske 2028 Vielen Dank.